Herzlich Willkommen an unserer Schule, der Akademie für Kommunikation in Heilbronn. Mein Name ist Wolf, ich leite die Schule. Bei uns kann man verschiedene Abschlüsse machen, den Realschulabschluss, eine Fachhochschulreife mit einem Beruf oder, wenn man möchte, auch das Abitur. Wir sind eine etwas andere Schule. Wir haben andere Fächer, wir versuchen, Unterricht etwas anders zu machen, wie man das kennt. Es geht um Architektur. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr mit dem hier umgehen könnt, dass euch das Spaß macht. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr mit dem hier umgehen könnt. Und das ist die Flocke. Wir beide sagen herzlich Willkommen.